Danielin 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 Wir freuen uns alle so auf Danielin Bist du aufgeregt? Ja, jetzt bin ich aufgeregt und ich habe zu viel Pizza gegessen fällt mir gerade auf Ich hoffe ich muss nicht auf die Bühne brechen oder auf die Fans, wann das schon mal wäre lebe b ist ich habe ab aus vor Wie war denn der Auftritt und was macht die Stimme? War cool, die Stimme hört man jetzt, ist ein bisschen weg, aber sie hat durchgehalten, sie ist nicht abgekackt. Entschuldigung, habe ich abgekackt gesagt? Naja, egal. Sie hat durchgehalten. Obwohl ich ja eigentlich krank war oder bin und so, deswegen bin ich zufrieden. Das zeigt mir auch, dass wenn ich krank bin, das Stimme trotzdem einigermaßen durchhält.